Hallo und herzlich willkommen im Covestro VR Training Center. Wir freuen uns, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne helfen wir Ihnen dabei, sich gut in unserer VR-Erlebniswelt zurechtzufinden. Der Controller, den Sie in der Hand halten, hat nur drei Knöpfe, ist aber sehr wichtig. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Anleitung der Schaltung, die Ihnen zur Verfügung steht. Sehen Sie die zwei grünen Elemente auf der linken Seite? Perfekt. Gute Arbeit. Bitte nehmen Sie... Gute Arbeit. Ich bin stolz auf Sie. Nicht schlecht. Bitte nehmen Sie die Licht... Genial. Nun schneiden Sie die Kabel an den richtigen Stellen ab. Jetzt schnappen Sie sich bitte den Bratschneider und schneiden sich das Kabel auf... Falsch. Vielleicht brauchen wir mehr Kabel. Falsch. Bitte etwas kürzer schneiden. Lassen Sie es uns erneut versuchen. Gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Falsch. Vielleicht braucht... Falsch. Bitte schneiden Sie nicht zu viel Isolierung ab. Lassen Sie... Gut gemacht. Weiter so. Bitte platzieren Sie die Kabel richtig. Falls Sie nicht weiter wissen, achten Sie auf blinkende Stellen. Gut gemacht. Jetzt, da Sie mit den Kabeln fertig sind, decken Sie nun die Kabelhalter ab. Bitte schnappen Sie sich die vom Tisch und platzieren Sie sie an den entsprechenden Stellen. Zeit für den wichtigsten Teil. Verbinden Sie die Träte. Versuchen Sie nun, die passenden Kabel zu verbinden. Achten Sie auf die blinkenden Hinweise. Jetzt, da Sie mit der Anschlussbox fertig sind, nehmen Sie bitte die Innenseite des Schalters und setzen Sie diese an der entsprechenden Stelle ein. Bitte schließen Sie die Kabel wie zuvor an. Gut gemacht. Jetzt wollen wir zum Ende kommen. Bitte nehmen Sie die Innenseite der Lichtbox und setzen Sie... Bitte schließen Sie die Kabel wie zuvor an. Endlich können Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken. Bitte zeigen Sie auf die Steckdose und klicken Sie. Der Job ist erledigt. Jetzt genießen Sie Ihr Werk. Zeigen Sie auf den Schalter und klicken Sie, um das Licht ein- und auszuschalten. Jetzt niño Sie, um das Licht ein- und auszuschalten. Jetzt bin ich Sie, um das Licht ein- und auszus dibuj書. Und dann löst Sie, um das Licht es un- und auszuschalten. Wie geht es so an,ật und le suppress die Normale Sachen? Ich kann esrut, um das Licht ein- und auszuschalten, wo man sich ein- und auszuschalten. Vielen Dank.